Dein Quicksave dieses Mal. Die widerliche Kräteurikai schossen. Diese Gedüstung ist nach Orogblut. Ein Sack Gold für den... ja. Alter Bollenspieß. Wie heißt der hier? Keklek. Und Lanak. Ich sollte mich mit meinem Netherlok am Lagereingang melden. Wann nur hier drüben, äh, hier drüben, ich bin jetzt Ophilis. Und dieses Mal habt ihr es wirklich geschafft, Ophilis. Ja, ich muss erstmal warten, bis ich nicht mehr betäubt bin. Aber ja, ich könnte wirklich langsam anfangen. Die hier zu verteilen und die leichten Heiltränke zu verkaufen. Also sagen wir 12-4 hin. 12-4 hin. 12-4 hin. 12-4 hin. 12-4 hin. 12-4 hin. Und die alle mal verkaufen. Wie kann ich, ihr braucht nur zu fragen. Aber hier liegen ja noch mehr rum. Unsichtbarkeitstrank. Okay. Okay, jetzt bin ich langsam echt voll. Beißende Pfeile. Nee. Das ist ein Unsichtbarkeitstrank. Der ist nicht schlecht. Flegel plus 2. Stab der Himmel. Langschwert. Und das ist Ramsch. Vulkanisch. Langschschild. Nee, nicht du. So schießt man mit Säurepfeilen. Mittlerer Schild. Kann mich nicht bewegen. Achso, weil ich viel zu schweres Zeug mit mir rumschlepp. Ich will aber nicht in Hand umdrehen. Dein leckeres Portuismus wird uns alle getötet. Was willst du, Dawn? Okay, die habe ich gerade keinem. Die habe ich auch niemandem. Und sonst liegt nichts eigentlich hier rum. Das tut wirklich weh. Gute Arbeit. Es gibt immer auch Kämpfe im Osten und Westen. Aber ein Großteil von Keras Streitkräften wurde besiegt. Freut mich zu hören. Und was jetzt? Keine Minute zu früh. Eher einige Minuten zu spät. Aber das ist Schnee von gestern. Die Crusades fallen zurück in Dragonspear. Wir werden niemals eine bessere Chance haben, dies zu beenden, als wir jetzt haben. Geh, was ihr aus dem Camp braucht, und mit den Siegekommandern mit den Siegekommandern an Dragonspears Gaten. Der Kreuzzug zieht sich nach Dragonspear zurück. Wir werden niemals eine bessere Gelegenheit haben, dies zu beenden, als jetzt. Heut aus dem Lager, was wir brauchen, und trefft euch mit den Belagerungskommandanten von Drachenspears Toren. Das ist so weit bei mir. Lasst uns gehen. Oh, den Göttern. Den Göttern sagen danke, ich habe euch gefunden. Ich glaube nicht, dass ich noch viel Zeit zu leben habe. Äh. Dich bewegen, Ofilis. Ihr braucht Heilung. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Ihr habt ein Schwert in eurer Brust. Einige Brustkörbe sehen gut aus mit Schwertern drin, aber ich, ich befürchte, meiner gehört nicht zu den. Hahaha. Nein, nein, nein. Das tut weh. Das ist gar nicht gut. Aber da, das ist... Aber das ist nicht, wieso ich hier bin. Ich hatte es, Brenno. Ich hatte euer Geld. Das ganze Geld. Aber ich geriet, ich geriet in den Angriff des Kreuzungs. Sie haben das Gold genommen. Alles. Alles, was ich euch geben kann, ist dieses Schwert, das ich von meinem Angreifer bekommen habe. Ähm. Macht euch keine Sorgen drüber. Haltet einfach stehen und lasst mich euch heilen. Meint ihr das Schwert in eurer Brust? Ich glaube, das bleibt besser, wo es ist, bis wir Heilung für euch finden. Es ist zu spät für Heilung. Es tut mir leid, Brenno. Ich habe es versucht. Aber wenn ihr euer Gold wollt, dann, äh, werdet ihr die Kreuzritter finden müssen, die es sich genommen haben. Jetzt. Ah. Das Schwert ist euer. Mögen die Götter euch gewogen sein, o Held von Baldurs Tor. Plötch. Ich sollte nach den Kreuzrittern Ausschau halten, die Ophelis erschlagen haben. Oh, ein. Kurzschwert. Ophelis Kurzschwert. Immun gegen Befehl. Höherem Befehl. Wort der Macht. Jedes Wort der Macht. Hm. Nett. Nett. Auch gut. So habe ich ein ETV von 10, so von 19. Ich hätte wirklich Duel-Wielding-Skillen sollen. Ihr braucht nur zu fragen. Höherem Befehl. Höherem Befehl. Und wir müssen kurz drinnen. Und wir müssen warten. Höherem Befehl. Höherem Befehl. Höherem Befehl. Höherem Befehlern, Höherem Befehlern, vor allem das Gehäuse-Machstum. Höherem Befehlern. Let me sleep. Sleep. So tired. Okay. Kein Händler, nichts in der Nähe. Dann reisen wir erst mal ins nächste Gebiet. Fasten hier kurz. Und reisen nach Burgdrachenspiel weiter. Steel and magic still clash in the distance, but you have thwarted Kalar's attack upon the siege camp. The time has come for the combined forces of Waterdeep, Daggerford, and Baldur's Gate to take the battle to the Shining Lady. Steel and Magie prallen noch in der Ferne aufeinander, bevor... ...eine aufeinander haben. Wir haben Kalar's Angriff auf das Armeelager vereitelt. Es ist an der Zeit, dass die Feindkräfte von Tiefwasser, Daggerford und Baldur's Tor die strahlende Dame angreifen. Die Mauern, die die Ruinen von Drachensperren umraben, wimmeln nur so von Kreuzrittern. Darunter befinden sich auch Kalar's zuverlässigste Leutnant, unglaublich fähige Männer und Frauen, die bereit sind, sich für ihre Anführung zu opfern. Sie zu besiegen und in die Burg einzudringen, wird nicht leicht werden, aber das ist die Aufgabe, die euch bevorsteht. Level-ups? Level-ups. Okay, das sieht... Position halten, sie sind hier, halt! Es ermutigt mich zu sehen, dass ihr noch immer unter uns bleibt. Ich habe vorher nicht die Möglichkeit gehabt, zu fragen, wie es euch in den Höhen unter Drachensperren gegangen. Ich möchte, ich habe nur wenig über unsere Ferne in Erfahrung gebracht, bevor ich aus der Burg vertrieben wurde. Das macht keine Unterschiede jetzt. Was ist für mich egal, was ist mit der Aufgabe, um die ich euch gebeten habe? Ich habe das Wasser vergiftet, ich habe die Lebensmittel und ich habe den Sprengstoff platziert. Das erklärt, warum der Feind so schlapp wird. Gute Arbeit mit dem Sprengstoff, nur seht so, wie die Mauern von Drachensperren vor uns niederfallen. Regis Pyria. Ich muss zugeben, ich hatte einige Zweifel, ob das funktionieren würde. Gut gemacht, Benno, ja. Für Dagerford, für die Schwertküste! Charge! Für Dagerford, für die Schwertküste! Attacke! Erstmal Stufenerhöhung. Na komm. So, jetzt haben wir 110 jeweils. Dann gehen wir noch 5 Punkte hier rein und 5 Punkte hier. Und sie hat einen Punkt in Fertigkeiten. Kriegt sie Kampfstil mit 2 Waffen? Oh, ich ebenfalls, da kriegt er auch gleich mal Kampfstil mit 2 Waffen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob ich noch neue Zauber... Oh ja, kriege ich. Furchtbar wäre mal nicht schlecht. Hier nichts. Hier aber. Eine Steinhaut. Und Fünfer kann ich nicht. Ja, und die nächste Stufe werde ich nicht erreichen. Ich glaube, die nächste Stufe wird niemand erreichen. Ja, einen Moment bitte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich weiß. Bei der Skate Experience Tables. Ja, 5000 ist das Max Cap. 5.000 ist Max Cap. Soviel dazu. Also, wir erreichen es nicht. Dorn nicht. Oh, Viconia wird es noch erreichen. Corwin nicht. Safana hatte ja gerade und Nera auch nicht. Okay. Neera gibt da oben mal Feuer. Soviel. Auf. Okay. Auf. Ja, ja.